Hallo nochmal, ich bin Bo und ich bin Grete. Ich werde euch nochmal kurz sagen, wie wir eigentlich hierher gekommen sind. Ja, das war nämlich so. Die Mutti, die Mutti war eines Samstags einkaufen und manchmal geht die gern zu Kick, da gibt es manchmal lustige Sachen. Ja, und da gab es uns. Dann hat sie 240 Mal an uns vorbeigelaufen und hat aber trotzdem gehört, wie wir gerufen haben, du brauchst uns, du brauchst uns. Ja, das haben wir gerufen, noch mal 240 Mal vorbeigelaufen und dann, tadaa, hat sie uns einfach eingepackt und hat uns mitgenommen. Und seither wohnen wir hier und hier ist es richtig, richtig klasse. So, ich bin Grete, ich bin Bo, das ist wirklich so. Tschüss, wir können uns kostenlos abonnieren.